Hey, es gibt einen Termin im Jahr 2017, auf den ich am allermeisten freue. Nämlich Bad Kreuznach Lacht. Und da gab es nur 500 Karten und 400 sind schon weg. Wie seid ihr drauf? Wahnsinn! Also holt euch die letzten Karten, bevor die alle weg sind. 100 gibt es noch. Schnell, 8. April, Bad Kreuznach Lacht. Wird total geil. Ah!